Also sag ich mal, wenn ich hier reingekommen bin, habe ich so gedacht, okay, das sind schon ganz andere Standards. Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn man hier die Tür wieder verlassen, sollte man schon mehr Angst haben vor Corona wie hier drin. Ja, auf jeden Fall, dass man nicht reingekommen ist und gleich gemerkt hat, okay, man ist beim Zahnarzt, sondern ja, es ist eine andere Atmosphäre hier und die Leute gehen halt ganz anders auf jemanden zu und das ist sehr positiv. Ich sage mal, die Abwicklung ist auf jeden Fall hier super, dass die Leute wirklich darauf aus sind, man schafft es in einer Woche, die man halt hier zum Urlaub, sag ich mal, ist und vom Preis her auf jeden Fall, man merkt einen Unterschied. Super modern, super Personal und auf jeden Fall empfehlenswert.